So, da sind wir wieder. Tut mir leid, ich muss wirklich was daran ändern. Mein Speicher hier auf dem iPhone ist quasi etwas begrenzt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine bessere Akustik, wie wenn ich das jetzt mit dem iPad machen würde. Deswegen mache ich das jetzt einfach zu Teil 2. Und wir waren gerade stehen geblieben bei meiner Extraanfertigung. Das heißt, wenn ihr gerne eine Vase oder so in Form, so wie ihr es haben wollt, von Keramik Studio Anne Werner handwerklich hergestellt haben wollt, dann könnt ihr das gerne mir schreiben auf info at keramik-studio.net. Schreibt am besten dazu, wie groß das sein soll, also bis 1 Meter. Dann auch die Farbe, die Form, könnt ihr euch selber ausdenken. Auch Motive kann ich drauf machen. Und das ist dann halt ab 2.500 Euro möglich bei mir, das zu bestellen. Und wie gesagt, ihr seid bei mir wirklich an der richtigen Adresse, wenn es darum geht, fachkompetent zu erfahren, was mit der Keramik alles möglich ist. Und ich stelle das alles selber her. Ihr seid auch während des Produktionsablaufs dabei. Das heißt, ich gebe euch dann immer solche kleinen Updates sozusagen. Und dafür bezahlen meine Kunden auch immer gerne den Preis, der es wert ist. Und ich zeige euch hier hinten nochmal, auch in diesem Video, meine kleine Glasvitrine. Hier sehen wir die Vase-Hashtag-Ball. In meinem Webshop findet ihr die auch unter dem Namen Hashtag-Ball. Vase-Hashtag-Ball bei www.seram-gimany.com. Ideal für das Muttertagsgeschenk sozusagen. Und hier hinten sehen wir dann nochmal eine exklusivere Variante. Das ist die Vase-Hashtag-Mix. Die ist halt für 6.900 Euro käuflich erwerbbar. Die habt ihr schon mehrfach jetzt auch in den Videos gesehen. Die gibt es nur einmal tatsächlich. Und die ist deswegen auch so hoch praktisch für 6.900 Euro. Hier seht ihr meine klassischen Bechertypen. Einmal den weißen und einmal den gestreiften Becher. Den kann man auch sich personalisieren lassen. Da gibt es Möglichkeiten als B2B-Kunde mit mir zu kooperieren. Hier unten die Schale-Hashtag-Blue-Light. Und hier oben zwei Mini-Vasen für 69 Euro. Dann ist noch zu sagen, dass das zeitlose Bildband 18 Plus bereits jetzt fertig ist. Ich habe jetzt letzte Woche nochmal intensiv daran gearbeitet. Die Leute, die das bei mir geordert hatten, die haben jetzt auch schon die Bildbänder in den Händen sozusagen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall auch für das positive Feedback. Und das ist wie gesagt ein kleines Randprodukt von meinem eigentlichen Keramik-Dasein sozusagen. Und ich habe es heute schon auf Facebook live auch erzählt. Wenn ihr möchtet, weil ihr merkt ja, ich spiele groß. Das heißt, ich positioniere mich hochpreisig. Ich bilde mich auch weiter. Und wer mich auch auf Instagram kennt, sieht dann auch immer meine Fragen-Sticker. Und mir ist halt einfach so in den Sinn gekommen heute. Habt ihr Lust, dass ich für euch für ein wenig, also für einen Kleintaler in Höhe von 49 Euro, einen kleinen komprimierten Leitfaden zur Verfügung stelle, wo ich all meine wirklich Power-Messages einschreibe, die ihr dann halt aufsaugen könnt sozusagen. Also in verschiedenen Lebensbereichen, in der Kommunikation, dann in Liebe, dann auch vielleicht im Business. Wie gründe ich also wirklich die zehn wichtigsten Learnings jeweils und dann halt auch für Healthy Lifestyle, was halt wirklich wichtig ist, um halt so einen trainierten Body zu haben, ohne ständig ins Fitnessstudio zu gehen und so weiter. Und was es heißt, wirklich ein gesundes Mindset zu haben, dass man halt wirklich auch seine Ziele und so weiter ermöglichen kann. Das ist mir ganz spontan eingefallen. Ich teile das jetzt einfach mit euch als Information, wenn ihr davon wirklich was wissen wollt. Weil die Idee kam halt gestern auch mit einer Freundin, habe ich halt gestern zwei Stunden lang telefoniert. Und die war sehr überrascht, wie rasch ich mich entwickelt habe in dieser kurzen Zeitspanne. Ich lasse mich ja coachen, das wisst ihr. Und nicht nur von einem Coach, sondern von mehreren. Und ich habe halt ein bisschen eingekauft und ich biete es euch an, quasi da einen kleinen komprimierten Leitfaden zu machen. Vielleicht so zehn Seiten oder so, wo halt wirklich die besten Learnings von mir drin stehen werden, die ihr euch halt einfach als Gadget quasi kaufen könnt. Also wo ihr dann halt so eine Bibel habt, die ihr sozusagen als Wegbegleiter euch in die Tasche stecken könnt und wo ihr dann halt an euren Zielen weiterarbeiten könnt. Und ja, also ich denke, das ist eine ziemlich coole Nummer, weil gerade auf der Walz habe ich sehr, sehr viel gelernt, was man nirgendwo anders lernt. Und ich möchte gerne noch was ganz Neues mit euch teilen. Und zwar nicht nur, dass ich jetzt auch schon fast weiß, wann ich meine Eröffnungsparty mache, sondern auch, dass ich wahrscheinlich mich als Keynote-Speakerin tatsächlich ausbilden werde, halt mit Gedanken tanken zusammen. Und um dann halt wirklich meine Performance auf der Bühne, meine Message, die ich auf der Weltreise zum Beispiel gelernt habe, richtig nach vorne zu bringen. Also was haltet ihr davon? Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal sehr fürs Zusehen hier. Ich bedanke mich für einen Daumen nach oben, für die Videos. Vielleicht bestellte ihr was bei mir im Webshop www.seramik-chimini.com. Das findet ihr unten in der Beschreibung den Link. Und ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Und ich sage bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, eure Anne. Tschüss. Tschüss.